Sitzung wird gestartet und damit sage ich wieder Hallihallo Hallöchen willkommen zur nächsten Folge GTA Online. Mit am Start ist der Dönitz. Ich habe ganz klar in der letzten Folge gewonnen. Du bist der Selbstmord. Alf Puschn ist nur vom Berg geflogen die ganze Zeit. Ja der legendär. Alles ist hier nur noch legendär. Wieso steht hier ein Auto? Ach die hatten wir auch schon mal glaube ich oder? Das hast du mir schon wieder ausgewählt. Ja die sieht doch cool aus. Ach du schon wieder hier. Oh hier ein nettes Auto. Panzerwagen hast du auch einen Panzer? Ja. Da dumm damm. Au. Au. Hier ist er ja irgendwo schon. Du bist so ein Strecher Jung. Ich wollte noch mal Angst machen. Hä? 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 Hilfe? Also du bist bestimmt oben, ne? Naja. Sietest du? Hä wo bist du denn? Oh das warst du gar nicht. Hä wo bist du denn? Garage. O modal ... ... Vielen Dank. Ey, wo bist du denn? Wo bist du denn? Garage. Je nach dir. Du bist bestimmt auch hier unten, ne? Nein. Auf zu schnacken. Ich lone dir Scheiße. Oh mein Gott, Armin. Ich habe es schon seit Jahren. Schnacki, schnacka, schnacki. Der geht ja wieder weg. Ach, schon unten? Ja, ne? Ach, schon unten. Du bist ein Schlumpf. Hey! Wie, ey? Wo bist du denn hin? Pfff! Ha 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 ha! Süßer Versuch, ey! Nein! Nein! Ha 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 ha! Ja! Ach, du lebst noch! Ich dachte, ich kenne dich! Ach, du! Nein! Jawoll! Deiße, Mann! Hu! Ah, hu! Ah, scheiße! Mann, ich dachte, ich hätte dich! Ah, kacka! Mit Glück gewonnen hier! Mit Glück gewonnen! Du, du, du! Bam! Badam! So, zack! Zack! Boom, dieser! Also, jetzt kann ich Party eigentlich wegmachen, ne? Obwohl, jetzt lasse ich jetzt einfach. Obwohl, ne, mach' Party weg! Ah, du bist aus meiner Party! Ah, du bist aus meiner Party! Hast du eine Party? Hast du? Hast du? Alf Pusch geht heute in die Disco! Ja! Du! Ich hab' den Geldes Auto! Hu! Oani! Hu! Bist du schon wieder in der Tiefgarage? Du? Ja. Ja. Ja sagte. Wo fährt er denn jetzt lang? Also, wenn man mit Alf-Pulchen spielt, dann weiß man immer nie, was der verrückt jetzt macht. Es ist unrechenbar. Ja. Nein! Wie ist das denn? Mit welcher Waffe war das? Da freut er sich schon. Einen Schuss macht er, ey. So ein Scheiß. Möööö. 2 zu 0. Ey, das geht nicht. Auf Alf. Spiel doch mal mit dir. Das geht doch so nicht. Doch. Ich hatte ein Millimeter Lehm. Ja. Ich halt voll drauf, ne? Ja, halt voll drauf. Oh, Mann. Was? Oh. Ein Scheiß. Ah. 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 Ehh. Ehh. So. Oh. Ich hab ihn auch geschickt mitgenommen. Oh mein Gott. Ah. 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 Geh ich mal gucken. Ah. Ah. Habe ich dich ausgeknipst, ne? Hast du gesehen, ne? Da ist er ganz ruhig. Hahaha. Oh, Junge. Ich mache jetzt hier 3-1, 4-1 und dann passt das. 4-2-1. Wenn wir nicht gewinnen sind, sind wir immer kurze Wochen, weißt du? Noch. Noch und noch mal zu. Hör doch nicht in die Leere. So, mit der Taktik. Wenn du dich gleich wieder fragst, wo geht der denn jetzt? Ich weiß ganz genau, dass du jetzt nicht in die Tiefgarage gehst. Wieso? Wenn man sich das loist. Jukö. Du darfst auch nicht den falschen umliegen, ne? Ich weiß. Ich wollte dich angst einjagen. Ich wollte dich angst einjagen. Dich angst. Ich wollte dich angst. Dir. Dich. Laufen die hier alle kreischen? Das. Wer sie ist. Ihr sie. Wer sie ist. Meine Herren, hier muss man extra wieder... ...als pushen. Und jetzt kommt er aus einem Loch. Der Stricher, ey. Ich wollte dich angst einjagen. Digga. Alter, ich wollte dich. Ich wollte dich umnieten und nicht den falschen umnieten! Nein! Haut er wieder ab hier der Schlumpf. Heißes. Regeneriert er sich, ey. Richtig. I'll pushen. Hat's richtig. Oh fuck. Oh. Nein! Da ist ja dieser scheiß Lenkraketenwerfer, ne? Ah. Mit dem sollte man echt nicht... Treuerwitz. Ah. Geil. Ah, pass auf. Ich kenne dich nicht nur, you gay. Ach, quatsch. Quatsch. Eifel ist halt kein Gegner. Ah, weil die Schnauze! Ich hatte nicht am Rande der Niederlage, ey. Es ist Obsemhaus. Ich hatte nur einen Wadenschuss gefehlt, dann hätte ich dich gehabt. Es ist Obsemhaus. Und die Küche ist sauber. Und die Küche ist sauber. Sag da gar nichts mehr. Bei dir kann man echt nur den Kopf schütteln. Ups. Ejse. Oh fuck. Er neibt da hinten. Hahaha. Leck mich am Arsch, weißt du? Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, weißt du? Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Naja 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 Sieg 4-1 Alf ey Bisschen kacke weißt du? Scheißen Dreck hier Scheißen Dreck Ah scheißen Dreck 14.600 ey Alf hier guck mal Hälfte hab ich Guck mal jetzt in die Facecam Zack 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 Ja da würde ich sagen Das war ja mal wieder eine geile Runde Dann würde ich sagen Verabschieden wir uns Und sagen wie immer Ciao und tschüss auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Tschüss Puh